Body Time! Exzellent! Es ist wieder soweit, Freitag 21 Uhr, das heißt natürlich, Telespiel fängt an und heute muss ich mich erstmal bei zwei Leuten bedanken, denn ohne diese Leute würde diese Sendung heute so nicht stattfinden, mit dem Thema Neo Geo. Ich sagte zwei Leute und keinen Halbaffen. Also hier komme ich gleich noch. Und zwar zum einen beim Sven und zum anderen bei Markus Chancha, denn der Sven hat den Kontakt zu Markus Chancha hergestellt und der hat mir sein wunderbares Neo Geo geliehen. Das ist die Konsole, die ihr hier vor mir seht und einige von euch werden jetzt sagen, Neo Geo, was ist das denn für ein komisches Ding? Das kennen wahrscheinlich gar nicht so viele von euch und verdanken hat man diese Konsole einem Mann namens Aikichi Kawasaki. Der hat im Jahre 1978 eine Firma namens SNK gegründet, das steht für Shin-Nihon-Kikaku und das heißt Neues Japan-Projekt. Und mit dieser Firma hat er dann in den 80er Jahren, 90er Jahren Spielhallenautomaten auf den Markt gebracht und die waren deswegen so besonders, weil da konnte man modulartig verschiedene Module reinstecken und musste nicht den ganzen Kasten sozusagen kaufen, um ein neues Spiel zu haben. Und das, was dann dabei rausgekommen ist, ist das Neo Geo AES System, was man hier hat sozusagen, das AES steht für Advanced Entertainment System und das sozusagen ist die Heimversion des Spielhallenautomaten. Deswegen sind die Module auch so gigantisch, ne? Ja, die Module sind riesengroß, das möchte ich vielleicht gleich mal zeigen, ganz am Anfang. Das, was da drin steckt, ist eines der Module und die sind wirklich riesig, die sind fast so groß wie eine Wii. Ja, aber dazu muss man ja auch sagen, die sind nicht nur groß, die sind auch ungefähr so groß, wie sie teuer sind. Ja. Denn das war, glaube ich, auch das, was viele Leute vielleicht damals davon abgeschreckt hat, die Dinger zu kaufen, denn da hat man schon mal ein paar Hunderte auf den Tisch legen müssen. Ja, die Konsole in Grundausstattung mit zwei Pads und einem Spiel hat mich damals 1000 Mark gekostet. Ich habe lange, lange Zeit dafür Zeitung ausgetragen. Und dann ein Spiel sich zu kaufen, das hat wirklich um die 300 Mark gekostet, teilweise 350, teilweise auch ein bisschen mehr, manchmal auch ein bisschen weniger, wenn man Glück hatte. Aber man hat dafür wirklich zu Hause etwas bekommen, was man damals überhaupt nicht hatte. Spielhallenqualität war in einem Videospiel. Und wir reden hier zu einem Zeitpunkt im Jahre 1990, als das Ding rauskam, zu Zeiten des Mega Drive und Super Nintendo. Und da dachte man schon, das Super Nintendo oder der Mega Drive wäre das höchste der Konfüle für Konsoleros. Und dann hat man diesen Neo Geo gesehen und der hat nicht nur 64 Farben gleichzeitig dargestellt, so wie das Mega Drive, nicht 256 wie Super Nintendo. Nein, 4.096 Farben gleichzeitig. 380 Sprites auf dem Screen. Das war echt richtig geil. Und Module, die so riesengroß waren, die waren teilweise bis zu 700 und noch was und noch größer, Megabit groß. Ich glaube, das größte Super Nintendo Modul war irgendwie 48 Megabit. Das ist schon eigentlich ein relativ kleines Modul fürs Neo Geo gewesen. Also die hatten unglaublich viele Speicherbänke und echt ein super Ding. Aber wie gesagt, einfach schweineteuer und es gab es offiziell nie in Deutschland. Kam 1990 in Japan raus und da war es dann eher so, dass man sich das ausleihen sollte. So Hotels sollten sich das ausleihen, sollten es dem Gast anbieten in Videotheken. Aber es hat sich dann relativ schnell herauskristallisiert, dass die Leute das auch wirklich kaufen wollten. Und so wurde dann, wie gesagt, das für den breiteren Markt zugänglich gemacht, auch wenn es schweineteuer war. Ist wirklich fantastisch, denn ich habe damals immer nur in den Zeitungen neidvoll auf die Tests geschielt und auf die Anzeigen meiner Importe. Weil ich habe nie eins besessen. Wollte ich immer haben, aber wirklich die Preise so weit weg. Und heute ist es ja wirklich eine der begehrtsten Sammlerkonsolen. Ich hatte eine, die war so schön. Und ich komme eines Tages nach Hause, besuche meine Mutter und quetsche dann aus ihr heraus, dass sie die weggeworfen hatte. Mein Neo Geo mit zwei Spielen, zwei wunderbaren Joypads, denn das sind die großen Joypads, die mit dem Ding kamen. Nicht mal verkauft. So richtig Arcade-Zeit, nicht verkauft. Sie hat es einfach weggeschmissen. Mein Neo Geo. Das verzeih ich bis heute nicht. Das ist echt hart. So, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an zu zocken. Und zwar haben wir uns ein Spiel herausgesucht, das heißt Last Resort. Kam natürlich auch in der Spielhalle. Denn man muss sagen, die ganzen Spiele, die es auf dem Neo Geo gab, gab es natürlich auch in der Spielhalle. Wirklich eine coole Sache. Wir fangen einfach mal an. Und das Ganze ist ein Side-Scrolling-Shoot-em-up. Oh ja, eins meiner Lieblings-Genres. Und orientiert sich so ein bisschen an R-Type. Man hat so einen kleinen Kometen, der einen sozusagen verfolgt, beziehungsweise der einem unterstützt. Im Kampf gegen das Böse. Du drückst einfach Start, dann geht's los. Ich bleib ein bisschen oben, du bleibst eher ein bisschen unten. Und so kann man sich den Bildschirm schön aufteilen. Muss man einfach mal sagen, durch diese gigantischen Abmessungen von diesem Joypad, Joyboard muss man ja sagen, hat das auch schon so Arcade-Feeling. Weil man die Hände einfach so drauf ruhen lässt und klackert ordentlich mit. So, jetzt haben wir gerade Specials eingesammelt. Jetzt seht ja jeder von uns so einen kleinen Knubbel um sich rumfliegen. Es kommt darauf an, welche Farbe das Special hat, wenn man den einsammelt, wie sich dieser Knubbel verhält. Denn man kann den Knubbel nämlich auch, ups, hatte ich gerade gedacht, ich wäre du, beziehungsweise mein Raumschiff, wenn du dein ist. Man kann den Knubbel nämlich abschießen, wenn ich A gedrückt halte, dann feiere ich den so ab, wie ihr gerade gesehen habt. Und das ist natürlich eine sehr starke Attacke. Je nachdem, ob ich jetzt aber ein rotes Special oder ein blaues Special eingesammelt habe, ist es so, dass er entweder von der Wand abprallt und sich seinen Weg sucht. Oder ob er an der Wand entlang, also oben und unten entlang flitzt. Und das ist eine coole Sache. Also, das sind alles so kleine Finessen. Oder achtet auch mal drauf, wenn man auf die Raumschiff schießt. Da fallen dann so kleine Männer raus. Das ist total cool. Ja, das sind so kleine Figuren. Was man vielleicht noch sagen sollte, die Schussrichtung des Satelliten, die ist quasi immer entgegengesetzt in die Richtung, in die man gerade drückt. Wenn ich also nach Schreck oben links drücke, dann schießt er nach Schreck unten rechts. Gerade in solchen Situationen natürlich, oh, 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 oh. Das hat mich immer als erster Art hat, im ersten Level diese Stelle, wo diese kreisförmigen Gegner einmal umherum schwirrten. Oh, 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 oh. Das ging ja gerade nochmal gut. Aber ganz ehrlich, diese Grafik damals, das war bahnbrechend. Da hat man sich echt gedacht, boah, wie geil. Das ist nicht möglich. Und dann sowas zu Hause spielen zu können, traumhaft. Auf jeden Fall. Weil man, das waren ja wirklich, die meisten Sachen waren ja, glaube ich, auch wirklich einfach exklusiv entwicklungen. Ja. Später wurden ja mal Prügel-Spiel-Serien umgesetzt, für die das Neo Geo ja auch wahnsinnig bekannt wurde dann. Ja, das ist ja... Aber so diese Art von Spielen, so Last Resort oder so Geschichten, sind, glaube ich, nie ungesetzt worden. Boah! Nein, was war das denn? Wo kam der denn denn her? Keine Ahnung, aber sicher als Level-Stürmer. Oh, jetzt habe ich mir eine Laser ausgewählt. Und ich bin knackig, so zu sagen. Gleich kommt auch Endboss-Zeit. Den müssen wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Ja, definitiv. Ich mag auch die Gehäusche so gerne. Der Soundjob ist auch geil von mir. Super. Richtig wumselig. Ist das der Oberboss? Ne, das noch nicht. So einen hatten wir ja vorhin schon. Ach stimmt, seinen kleinen Ruder, ne? Ach, das ist ein kleiner Junge, ne? Ich habe die jetzt abschießen müssen. So, jetzt kommt die Bosszeit. Da haben wir nicht getraut. Kann ich auch irgendwas aufladen? Oh, kleiner Mann. Wir kommen hier runter. Wir müssen auf das rote Ding ballern. Achtung. Ah, ja, okay. Ich habe Angst. Hier, den Roten, auf den Roten, auf den Roten, auf den Roten. Wo bin ich denn? Ach, der ist schon kaputt. Der ist kaputt, Geo. Yay, das war das erste Level. Und das ist Last Resort. Ein sehr, sehr geiles Spiel, das für das Neo Geo rauskam. Im Jahre 1990 kam diese wunderbare Konsole raus. Und dafür wurde auch Werbung gemacht. Und so alte Werbungen sind immer skurril. Sehr, sehr geil. Wir gucken einfach mal rein. Und ballern noch ein bisschen. Ja.